Level 6, mit dem kann man kein Heist machen, raus, kick, 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 kill, kill, jetzt hoffentlich startet die Session, hä, aber 4, und einer ist der Ball, ja, einer ist der Ball, und dann hat er noch einen Defender, und zwei Angreifer, oh, ich bin der Ball, Offense, Läufer, Defense, wir sind Defense, oh, wow, geil, 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 ich hab den 6, nur wie ein Defender von mir, und ich bin der Spielball, ja, aber ich hab noch keine, aber das ist ein Abos, ich auch nicht, mich davon abhalten, hinten über eure Linie zu fahren, eigentlich easy, mich einfach irgendwo festsetzen, mich töten quasi, töten, 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 Wow, easy game, haha, ihr Loops, ich hab dich schon in Strauchel gebracht, Mann, ich bin einfach Schlaglinie gefahren, ey, du bist doch kacke, der war auf kleiner Seite, ich hab den ja auch gerammt, du hast mich nicht gerammt, jawohl, bei mir hab ich dich gerammt, ich bin einfach easy durchgefahren, ich bin bei dir voll hinten ins Heck gefahren, Wieso kann man solche Spiele, wo die eigentlich nicht, äh, selber machen, das sähe es doch noch, kann man, naja, also jetzt nicht so, aber man mit ein bisschen, Fantasie kriegt das auch, äh, Alter, Mensch, wie stehe ich denn, Alter, ich stehe zur Wand, meine Wand, äh, die Mauer ist quasi direkt vor mir, ich schaute quer, guck, seht ihr das, äh, ein bisschen, ja, Was ist denn das für ein Bullshit, haha, ich kann nicht fahren, haha, ich kann nicht fahren, wieso kannst du nicht fahren, haha, alles gut, setzt ihn fest, setzt ihn fest, haha, Das war ja, Dennis Cheatera, Alter, haha, mega, die, du explodierst einfach, haha, ja, weil du mich hinter die Linie gebracht hast, ach so, haha, Boah, das war aber genau so ne Scheiße, Dennis, äh, das ist ja ein bisschen quer, weil ich mein Cheat benutzt hab, ich kann nicht fahren, Easy, haha, Wann, Alter, so viele Tricks muss er spielen, äh, Dreckige, dreckige Tricks, haha, ich kann nicht fahren, Ich kann echt nicht fahren, ich hab für eure Manier, Nee, Leute, das sind Autos, Sollten aber eigentlich nicht sein, Sindsauten, ab und wo der Lobby denn ist? Leute, jetzt ist es weg, Jetzt ist es weg, ja, Ich kann nicht fahren, haha, Nein! Jais, ja, Hör du dich, ja, ihr Noobs, Ihr Noobs, Ihr Noobs, Der 6er, Der 6er, der macht das! Der hat das Spiel schnell verstanden! Haha, gewonnen, Easy, Gabe! Werdi, warum machst du das denn mit Vollspeed? Weil ich den mit Vollspeed zurückschleudern wollte! Ja, hat der 2 mal super geklappt! Du darfst nicht vergessen, dass er auch noch einen Defender hat! Defender, mein Werdi, der voll ist mit Langjuckel, Du brauchst ja nicht mehr! Das war lustig! Ja, ja, 2! Können wir dich ja 2 machen? Geholt! Sunny J ist nämlich mit dabei! 5-1-2! Das ist doch ne Bratze, Alter! Guck dir mal ins Gesicht! Wow! Was ist jetzt hierher? Geholt! Ach, da gibt's mehr! Ah, sowas ist das! Also... Gibt's nur 3? Oder gibt's noch? Ich glaub, es gibt 5! Okay! Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, kann auch sein, dass es nur 3 gibt! Warum lehnst du hier auf dem Fenster? Tja! Bessere Luft! Hat wieder erziehen lassen! Na, da gewöhnt man sich dran, wenn man immer die gleiche Luft atmet! Wie spät ist das? Viertel vor 10! 21.45 Uhr! Geh mal Playstation nur eine halbe Stunde vor! Okay! Warst du verwundert, dass ich noch nicht gesagt hab, ich geh jetzt oder was? Ne, du wolltest einfach wissen! Aber ich geh gleich, ja! Wow! Danke der Nachfrage, Leute! Wir brauchen doch einen! I'm solo! I'm riding solo! I'm so lonely! Mr. Lonely! Mr. Lonely! Mr. Lonely! I have nobody! 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 Oh, schnell die Zeit. Bin gerade am Trinken, das war ein bisschen tricky. Ich musste den Button snipen. Es ist ein I. Das ist doch voll. Du hast öff gesagt, du Noob, Alter. Ja, ich kann das halt nicht. Bin ja nicht so. Klicks. Ja. Klicks. 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 Komm jetzt, fang an. Ja, ich hab doch schon gestartet. Endlich. Jesus. Jesus, Maria. Oh, what's up? What? Oh, Gott. Was denn? Wie fest? Wie? Also, wir müssen den Ball festsetzen, ja? Was? Dich festsetzen? Ja. Okay. Ja, das ist wieder höchste Eisenball. Da oben an die Ohren. Ach so, das ist das. Jetzt weiß ich, was das ist. Der geht immer. Ja. Red vs. Blue. So ein Spieler wirklich für Läufer. Jetzt bitch doch nicht rum, Alter. Geh wieder rüber. Jawohl. Ja, es sind immer noch zwei gewesen bei mir. Ja, die stehen bei mir auch noch zu zweit, aber da ist eigentlich mal drüber gegangen. So hat es nicht gestartet. Ausgegangen. Ne, dann würdest du komplett abbrechen. Are you sure about that? Yes. Beat shaming bitch savings. Wo sind sie? Ich seh sie nicht. Ich bin links. Ich bin rechts. Ich bin Mitte. Betty, go get him. Der Ball fährt hinter den. Bam, Junge. Das ist ihn first. Der ist wieder durch. Boah. Ich hab den da voll gerammt. Ja, aber wir sind genau so beschissen festgelegt. Was hörst du mich denn fest? Oh, Berti hat das Spiel nicht verstanden, ey. Gute Runde, Leute. Wie viele Runden hast du jetzt eingestellt? Wir haben nur zwei. Drei Wins. Hast du Wins? Wir haben gerade auch drei Wins. What? Nein, das waren drei Runden, nicht drei Wins. Was ist das für eine Scheiße hier? Ey, du hast den nicht gut festgesetzt. Ich hab den von der einzige, der mal getroffen hat, ey. Ihr habt vorhin ja überhaupt nichts getroffen. Ja, du hast den noch so lange halten müssen, bis wir da sind und den fest jetzt. Genau. Der letzte Wohin kriegen kann. Ja, jetzt zeige ich euch, wie man das nämlich macht als Ball. Linker Defender, Junge. Mittlerer Defender. Ich fahr mal erst hinter euch her, wa? Nein, vor uns, bitte. Ja, ich krieche. Jetzt hab ich jetzt sowas probiert. Doch, jetzt wird er. Jetzt seid ihr, fahr mal weiter zusammen. Ah, jetzt zu schnell. Ich mach mich breit, ich mach mich breit. Den krieg ich! Bam! Nice! Easy! Alter, letzte Hürde! Ich bin durch. Der stand da einfach. Den hab ich wieder mit meinem Hack zugesetzt, festgesetzt oder so. Der wollte Tricky hier hinten warten und dann denken so, ah, der sieht mich nicht und dann hau ich ihn weg. Ich bin ein Motherfucker. Ja. Das ist eigentlich ne doofe Taktik da zu warten. Ja. Oder er hat einfach nur wieder meinen Hack abbekommen. Wenn ich einen Flugzeug mit? Ja, bist du nicht. Mann, bin ich wohl. Ich bin in der Mitte, oder? Ja. Ich bin links. Nee, ich bin rechts. Ich bin rechts. Ich bin rechts! Ich bin rechts! mit der Rechtsschwäche, mit der Rechtsschwäche So, ich fahr jetzt hinter euch her und dann guck ich mal zu, dass ich einen dann festsetze Ja, du bist letzte Dings, ne? Wenn du's verkackst, verkackst du's Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn aufgehalten kurz Jetzt ist er durch Ich hab den getroffen Ich hab den auch getroffen Im Fußball wäre es der Liebero, der hinten ist und der muss dafür sorgen, dass der Ball Ich hab den ersten, die Finder, weggemacht und dann noch den kurz aufgehalten Das ist voll schwer Du musst den halt einmal richtig wegficken Mach das doch einfach mal Ja, mach du das doch einfach mal Nicht immer auf den Doppel-Anderer ausruhen Warum? Ja, ja, ja Du bist genauso Teil von dem Team wie jeder andere auch Der Ball hat dein Maul Ich versuche jemanden aufzuhalten für die Ich kollere durch die Gegend So, Blue gegen Red hier Nö, 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 nö Ja Zwei aufgehalten Das war ja toll Fahr Fahr Nein Nö, 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 nö Nö, nö, nö Fahr Hallo רöcke Hallo Was machst du denn denn, Dennis? Warum blockst du mich? Gar nicht Ich wollte vorwärts wegfahren Er sagt das doch an Das musst du lesen können Was machst du? Ich bin stehen geblieben Ja, besser so Ha 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 Jaaa, hat er gemacht Juuuun Bluuuun Wer ist immer die Linie? So, noch ne Runde Die alles entscheidende Haben wir 2 zu 2 oder was? Mhm Und wir sind wieder Defender, wir wissen ja, die sind noch bei uns geklappt Ha 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 Wie er kann du das? Ja, glaub schon Oder explodiert er halt wieder Töten Du musst ihn entweder auf die Linie zurück oder Wenn du den Ball zu lange auf Fuß hast Dann explodiert er eben Wir wissen ja wie ne Bombe mit dem man da spielt Aber wieder links Bei Basketball ist das so, wenn du mehr als dreimal auf den Boden klatschst Und während du läufst Nein Nein Wir müssen ihn rüber pushen Ja, er ist rüber, wir haben gewonnen Ja, siehste mal Wenn ich da einmal drankomme Dann wird das ja Berti mach doch ne Pirouette auf den Spot Ja, das war schick, ne? Nice Das ist einfach mal runter So, da wurde die Brücke eben mit Thomas Pusch ein bisschen zu verhängen Naja, sein Thema hat ihn aber auch ein bisschen rüber gedrückt Ja Ey, ich hab da Also ich wurde einfach nur von den Defendern erst mal durch ihn gegen geschleudert Ich hab den weglut dann und dann hing ich da so am Balken und da wurde ich da festgesetzt Tjo Gefällt dich Weil er verlorener Der ist ein schlechter Verlierer Vadim, Junge Geht gleich raus Ja, Vadim geht raus Vorne Spargo Fick dich Vadim, fick dich Wir haben drei Drei Guck mal, wir sind zumindest vier Leute, die dabei sind Nix lang Was will der Junge, Alter? Hahaha Labert er Was labert er, Alter? Ist der ein Junge oder so? Vor der Spargo Hä? Was, dummer Junge, Alter? Ich will dich direkt in die Fresse schlagen Richtig so Bam, Junge I'm so low I'm running so low Okay, schnell Ich will es mal sagen, wenn du das siehst Was? Wenn ich was sehe Das Solo da unten Ich seh überhaupt nichts Sag doch jetzt so Ja guck doch das Video an Welches Video denn? Ja Ja Die ignorierst du einfach immer Hallo, ich wollte dir gerade eine Vorlage geben, wo ich das denn finden kann und du Ach ja 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 Slash Pete Smith, Leute Alle Pete Smith abonnieren Oh ne, Vadim ist raus Hab ich schon gesagt So wie Thomas es gecallt hat Habe ich schon gesagt Menschenkenntnis So nennt man es Mongo Alter, aber du bist ein Mongo Ne, der Vadim ist ein Mongo Das auch Ich lade dich nochmal ein, vor dem letzten Job Vielleicht hat er seine Meinung geändert Scheißspiel Oh nein, Lukas ist auch raus Ja go Dann geht's ab, Leute Ab geht er, Peter Nein, Berti ist raus Oh nein, Berti ist einfach reingeschlafen Nein Was? Von der Zeit schnau ich nicht schon oder hast du es noch Ja, hab ich Ich bin Froko Okay, cool Double P Double Penetration Oh Oder PeePee PeePee PeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeePeeP Was hat das denn gemacht? Jetzt wird Pferdi wieder in den Schuss Feuer gestellt. Ja, der andere Buggy war leider schwerer als gedacht. Und sonst hätte ich den gegen dich gefeuert. Das ist ein bisschen schwieriger in dem Tunnel. Den in der Luftfeuer. Der Buggy reagiert gar nicht so geil. So mit Lenken und so, ne? Der Clown. Was? Da steht Pferdi nicht. Ich weiß. Pferdi ist auch ein Noob. Ein One Piece Noob. Ich hab grad noch die Folge geguckt von dir aus. Ja, ich nicht. Das war so. Shut your home out. Aber bei 715. Wollt 715 könnte ich hören. Aber ich will es nicht riskieren. Hinter welchen holen wir es gespoilert. Ja, ich meine, ob du bei 7,57 warst oder nicht. Das war ein Starkwert. Die haben mich beide gegen dich gedrückt. Ich hab an sich beide gleichzeitig aufgehalten. Die Fände. Die Fände. Was macht der da? Was macht der Jay? What the fuck? Der fährt nach rechts eine Seite, damit du da ja durchkommst. Das ist gut, ne? Das ist doch richtig so. What the fuck? So gehört sich das. Ja, jetzt wusste ich, der den Jay blame, dass du uns nicht geschafft hast, mich zu blocken oder was. Der hätt's doch schaffen können. Ja, Pferdi hat's heute auch schaffen können. Da ballst du mich auch lös. Das war Pferdi ein Maul. Der war nicht direkt neben dem. Ja, aber am Anfang. Das ist was komplett anderes. Das, wenn ich das mache, ist das was anderes. Alter, was ist überhaupt hier das für ein Auspuff dahinten? Alles verschnörkelt. Wieso heißt der wieder? Nein! Geht auch, Eddie. Nein, der blockt. Nein! Alter, der kommt überhaupt nicht aus dem Pushen. Ja, meiner aber auch nicht. Alter, Vater. Das ist gar nicht. Liegt vielleicht daran, dass das beides Buggy sind. Der ist schon ein bisschen Buggy. Das war echt nicht mehr im Auto gewesen. Ja, ich dachte, das wäre ein Flugzeug. Der ist auch kein Buggy. Ich glaube, der Panto ist ein bisschen schneller am Beschleunigen, oder? Wenn soll, ja. Das Handling von dem ist absolut das Crap. 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 Mr. Crap. Crap. Mr. Crap. Ja, Betty, ich mach den Ball nochmal. Ja, warum? Ja, du wirst nicht geeignet. Ja, du wirst nicht geeignet. Ja, klar. Will auch mal Ball sein. Wie sagt, ich auch so? Cheatest doch. Hast du dir die Cheats von Dennis geholt? Ja, ich bin gerade im Ende ins Tor gefahren, ja? Ins Tor gefahren, ins Tor gefahren, ich bin in das Tor gefahren. Betty, da musst du nicht defenden. Und, 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 und. Ich dachte, Jay hätte ich da übel festgesetzt, no, Thomas wird weiter. Na ja, das interessiert mich doch gar nicht. Ich hatte auch kurz Angst, dass ich wieder ein Schiss kriege. Richtig so, immer Schiss an der Front, dann machst du gute Leistung. Ja, das eine, hast du mich gut freigebloggt, das war gut. Aber nicht zu viel, weil sonst gewöhnt sich drauf. Ich, ich war stets bemüht, wieder auf dem Zeug zu stehen. Ich bin der Ball. Ich bin der Typ im Buggy. Auf Dennis Seite, wenn ich. Genau. Was, Betty ist? Doppelagent? Ja. Infiltriert. Nein! Nee, guck mal, nein! Litt, Jay! Dennis hat mich ausgetrickst, ganz miese Tricks hat er angewandiert. Ich bin einfach nur auf einer Seite direkt lang gefahren. Das werte ich, ich würde antäuschen, aber nee. Das war alles für die Beifel. Damit hat er die Entscheidungen zu spät getroffen, der Junge. Eigentlich wollte man hier volle, volle Spielerzahl. Acht Leute, wäre geruchertig Chaos. Ja. Das Problem ist, heutzutage spielt es kein Random mehr. Und acht Leute so zusammentrommeln auf der PS4 ist auch nicht so einfach. Diese Randoms, die sind, die sterben aus. Wir brauchen eine Petition, mehr Randoms in GTA. Wenn wir immer ganz ausgestorbene Modi spielen wollen. Schützt sie. Randoms an die Macht. Randoms. Wir werden einfach Trump zum Präsidenten. Das wievielte war das jetzt? Ich glaube, es gibt echt nur drei. Gibt nur drei. Dann gehe ich jetzt raus. Ja, dann ist das jetzt hier vorbei. Dann ist das jetzt tschüss, tschau und auf Wiedersehen. Tschüss, tschau und auf Wiedersehen. Was? Dann geht's raus. Jetzt geht's raus.